Liebe Eier-TV-Gemeinde, es ist Mittwochabend. Wir sind zu Gast in der Osnabrück-Halle, Stadthalle Osnabrück. Wir sind gerade angekommen und hier ist heute Damensitzung. Da freuen wir uns ja immer besonders drauf. Die Kollegen sind schon fleißig. Und das ist mal ein Ausdruck. Hallo, einmal rüberschwenken. Ich sagte, das ist mal ein Ausdruck. So geht das. So geht das. So, da muss man anfangen. Wir fahren jetzt hoch und dann melden uns nochmal. Adios. Fall da, nicht über den Schäkel. Von wegen Stimmung, hier kannst du auch einen Aufgeber draufklicken. Ja, hier. Klingt's nicht richtig. Ist das jetzt gleich direkt, schau, Bühne fängt? Ja. Siehst du doch schon. Die sollten langsam den Deckel runterreißen. Oh, hey, das ist total geil. Herzlich willkommen hier. Oh, kein Publikum. Ganz Doppli. Z cypher! Sie sind schon seit dem Tag Hartst! Super! Kannst du wieder mal so würd man mal Et der良ige seemed Danns und vor mir Danns und vor mir Danns und vor mir Danns und vor mir Das ist dann Danns und vor mir That's something, that's something, that's something Yes, you always Let's come back Do you hear this? Yes, believe it I love Shut it up Los Y ja, los Ly' ja, los Ly' ja ... Das war's. Das war's.